Was Sie hier sehen, ist die Wärmestrahlung, also die Infrarotstrahlung der Gegenstände im Raum und natürlich ihrer Körper. Hier haben wir zum Beispiel eine Oberflächentemperatur von 35,9 Grad Celsius. Das ist völlig normal bei einer Kerntemperatur, die ja bei 37 Grad liegen sollte. Hier haben wir 35,8, 36 Grad Celsius. Schauen wir doch mal, wie das bei unseren Bewohnern ist. Ja, dann mache ich diese Musik jetzt aus und drehe mal die Kanäle der Harfe auf. Die Harfe befindet sich in der Mitte unseres Systems. Sie können sie jetzt im Bild sehen. Funktioniert wie eine elektrische Gitarre, viele Saiten, Tonabnehmer. Wenn die Tiere nun raufspringen, werden sie zu Gitarristen und machen Musik. Okay, dann gehe ich jetzt hinein. Achtung! Viel Glück, Jörg! Danke! Römisch 10, Wachstum. Screening nach Pärchen. Achtung! Los! Ich sehe gerade vor mir ein Pärchen da in Somalia. Oh ja, positiv. Liebe unterm Kabel. Ja, das ist positiv. Und positiv. Aber die wandern jetzt so rum dabei. Ja, man sieht es jetzt nicht genau. Ja, genau. Also jetzt sieht man, das Männchen sitzt oben auf, hat den Hinterleib ausgestreckt, ist nicht mehr mit dem Weibchen verkuppelt, also die Sexualorgane. Was macht das jetzt mit dem Vorderen da? Der will da auch noch rauf. Nein, nein, die sind einfach nur da am Weg. Also sie sind jetzt vorbei, haben das Beste hinter sich, also die eigentliche Paarung, die Übertragung der Spermien, das ist vermutlich abgeschlossen. Und wenn es fertig ist, kann die Weibchen nicht sagen, du sollst jetzt weg? Nein, das möchte das Weibchen auch gar nicht, weil das Weibchen hat sich ja genau dieses Männchen ausgewählt. Ah, er möchte jetzt nochmal. Er versucht jetzt sein Hinterleib unter das Weibchen zu bringen. Und da kommt ein Konkurrent? Nein, 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 das ist ja eine Nymphe, die hat ja noch gar nichts zu sagen. Noch Kinder. Und sie möchte ja auch von ihm weiter beschützt werden. Sie möchte ja eben, dass er der Vater ist. Aber guck mal, was machen die da jetzt? Die kämpft. Ich denke, das war einfach nur eine Platzstreitigkeit jetzt. Ja, und so bleibt das Männchen beim Weibchen so 24 Stunden. Es bleibt da oben drauf, das Männchen sitzt dort, macht erstmal gar nichts dort, bewacht einfach das Weibchen. Vor Konkurrenten. Der kriegt auch nichts zu essen. Guck mal, aber die krabbeln da einfach lieber. Hallo, hallo, hallo. Sie hat ihn ja ausgewählt, also es ist ja quasi ihr Märchenprinz. Die Analysenzeit ist um. Liebes Pärchen im System. Liebes Pärchen, ist es dir bequem bei uns im System. Du bringst Hoffnung durch Wachstum, durch Fortpflanzung im System. Liebes Pärchen, kommst du noch mal, zeig dich doch noch einmal. Liebes Pärchen, im System. Tja, im System. Wir hoffen, es ist dir bequem. Möge es dazu gehen, auch wenn wir dich nicht sehen. In unserem System. Liebe im System. Im System. Logbuch Eintrag 12. Das System boomt. Ja, gestartet sind wir am 27. März mit 4.000 Bewohnern. Uns wurden am 31. März nochmals 3.000 zugesandt. Ja, und heute kam jetzt auch noch eine Lieferung mit nochmals 1.000 Bewohnern. Ja, wir haben aber leider auch tote Tiere, weil die leben durchschnittlich etwa 2, 3 Monate lang. Also nicht erschrecken, wenn ich von toten Tieren spreche, denn es ist wirklich ganz normal. Wir versuchen auch die toten Tiere durch Neugeborene zu kompensieren. Wir haben im Norden solche Brutkästen bei Jörg und wir schalten jetzt mal rüber, um zu schauen, ob wir Neugeborene haben. Ja, im Kasten vor mir hier haben wir die Nymphen des ersten und zweiten Stadiums. Die müssen sich also jetzt noch 4, 5 Mal häuten, sind dann auch erwachsene Tiere. Diese hier können wir in den nächsten Tagen dann auch ins System entlassen. Die sind groß genug. Im Käfig neben mir haben wir Eiablagebehälter, die vorher im System waren, wo die Weibchen ihre Eigelege, Ootheken, große Eigelege mit 70, 80 Eiern, abgelegt haben. Und hier schlüpfen dann in den nächsten Tagen wurmartige Larven, arbeiten sich an die Oberfläche und häuten sich gleich nochmal, sind dann Nymphen des ersten Stadiums. Ja, bisher haben wir noch keine Neugeborenen im System eingebürgert. Wir haben jetzt 6.717 Bewohner. Römerch 11. Migration. Die Grenze zwischen Somalia und Kenia ist eigentlich nur auf Papier. Es gibt keinen Grenzsaun. Die Nomaden können immer hinein und wieder hinaus. Absolut keine Kontrolle. Hingegen unser System hier, wir haben einen Grenzsaun. Und der verläuft in der Mitte von Mexiko. Wir sehen hier unseren Mitbewohner, wie sie in der Grenze versuchen, über die Grenze zu gehen. Ja, also man sieht nicht sehr viel, aber es ist sehr... Da bin gerade oben jemand drüber. Da springt einer gerade von der Südseite links nach rechts auf die Nordseite. Also von Mexiko nach... Ja, in die westliche Welt quasi. Von Mexiko nach... Aber für mich sieht die Grenze sehr schwer bewacht aus, die Grenze. Aber er überlegt sich es auch nochmal. Er läuft jetzt an der Grenze. Sie sitzen einfach auch wirklich sehr gern vertikal. Römerch 12. Der Schwarm. Überlag. Written wir uns. Whitmonth r ledern auf. Das ist Belt undemporat.